Spaß für Kinder Nicole! Oh, hallo Barbie! Ich brauche deine Hilfe. Chelsea hat bald Geburtstag und ich habe keine Ahnung, was ich ihr schenken soll. Hm. Ah, Barbie, wie wäre es dann mit einem Fahrrad? Hm, Chelsea hat schon ein Fahrrad. Hm, dann lassen wir uns was anderes einfallen. Ich hab's. Du kannst ihr doch einen Hund schenken. Nein, das geht nicht. Wir haben ja schon eine Katze. Okay, mal überlegen. Barbie, kannst Chelsea gerne? Ja, sie möchte eine Ballerina sein. Wirklich? Na, dann weiß ich, was wir ihr schenken. Wow, das ist ja schön. Nicole, lass es uns gleich aufbauen. Aufbauen. Musik Musik Die Bühne ist schon fertig und hinter der Bühne sind die Kulissen. Musik darf natürlich nicht fehlen. Nicole, und was ist das? Das ist ein Barren. Oh, wie schön. Ich kann mir bildlich vorstellen, wie Chelsea hier tanzt. Musik darf einfach nicht fehlen. Musik darf doch nicht fehlen. Musik darf noch nicht fehlen. Hey, Barbie! Barbie. Barbie. Oh, ja, da bin ich wieder. Nicole, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass Chelsea dieses Geschenk lieben wird.